Brust noch den Polen, Brust noch den Polen, 2200 Ups, das war jetzt ein Fail Ich weiß was er meint, ich weiß was er meint Genau, genau Kugel tut das weh Alter, ey es ist nicht wahr oder? Er springt durch, schießt, trifft mich nicht, kommt zurück und gibt mir instant Wer hat die gegeben? Dieser Clansmanager, der zweite von denen Alter Ey es ist nicht wahr Es ist nicht zu spät, Jan, es ist zu spät Das ist schon einer Ey es ist sowas von nicht wahr Liebe CSGO-Freunde, heute wieder mit einer Runde im Matchmaking mit dem Kugelblitz Tim in Vortex, den tracks weiter in X-Ray und mir und ich komme zurück Ja Indogat ihn bitte Pluto drückt des Todes im Kopf und das Aim wieder voll am Start Okay Ja, zu einer Gedanken gemacht Okay, ich mach diesmal 2 Hot 2 Nein, nein, das Pluto-Truck ist nur weil ich mich wieder so angeschränkt hab bei der Antwort Boah, schmeckt Jons Mutter Ja Er ist neu Er ist neu Ey, kann doch mal down gehen? Sterb Weißt du, du machst Kugel Nein, 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 nein Der ist so zu fiktier, Alter Ray, Ray, du machst einfach Kugel mehr Arbeit Er muss das jedes Mal zensieren, weißt du? Das muss er nicht zensieren Also? Jeder weiß nicht sein Motorrad Er gibt mir in Smokes den Rockshot Das ist mal cool Wurde ich ja gar nicht zu schicken von Proben Ich wäre jetzt nicht nach wie BattleFeed Aim, BattleFeed Aim, BattleFeed Aim Boah, hier krieg ich Ja, eine hackt da Ja, eine hackt da Du, was? Du hittest von mir das nachnamens BattleFeed Aim, easy Ey, richtig BattleFeed Aim Das ist G am Hardscopen, Alter Ist das eine Oh shit Jungs, Mann W-Er war zwar gar nicht schön, der hat mich geballert hat aber egal verdient 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 den töt' ich den töt' ich nein ich konnte den nicht mehr töten wenn ich irgendwann wieder aus dem Inventar rauskomme so richtig fischig wie Oma muss jetzt die one klicks raushauen bin ich auch gewehrm ich auch nicht ich bin auch im Inventar drin Oma ich bin auch im Inventar drin ich häng fast ja mach einfach ne Kiste auf dann geht das wieder ich bin dabei jetzt neif dich geh ich weg jetzt ne wildfire ich glaub da ist keine F drin oder ne ich hab kein Bock auf das hier geh weg du lauf oh Nova Hyperbys verkackt scheiße geil Mist ah wenn auch nicht jetzt händisch mal Nova skin der auch der billig und hey Leute 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 wenn man jetzt hey fang lang fang lang Mitte doors ist Jan nur so als information wenn man jetzt grieft ins Cisco wenn man jetzt grieft ins Cisco wenn man jetzt grieft ins Cisco bekommst du einen Permaball wenn ich ray irgendwie auf jegliche Art ja aber nur bei zweit mal ich hab ja noch gar nicht gemacht Leute egal aber wenn nicht ray auf jegliche Art irgendwie ich hör nix hier bei mir haben wir es bin flamm wir haben kamer ey der gibt mir zwei Endshots 100 Aprizi ey der hat ach ne der hat nicht archiv das kann ich schon sagen hast du eigentlich sag mal in Vortex hast du eigentlich Prime ja Prime ja Ok, gut. Er hat aber eine 5 Jahresmarke. Wir checken. Ja. Wir checken. Top mit. Short kommt. Er trägt mir erst mal. Short kommt. Short glaube ich 2. Oh mein Gott, er kommt zurück. Scheinkeißer. Oho. Short, Half-Life. Wir machen das. Warte. Ich bin nicht aufgewehrt. Ich habe auch eine Ausgebung. Mal, ich dachte mal. Wie viele Stunden er hat? Er hat... Tausend blöder Stunden. Das geht. Man, der ist Low, der ist Low. Der ist Low, der ist Low. Ist mir egal, ob hier ist. Das ist irgendwie traurig. Weißt du, bin ich hier vor einen Schuss gelaufen. Hm. Ok. Privat... Christian, Alter, warum hast du... Mann, meine Hände riechen nach Döner. Geil. Schau, Leute. Ja, jetzt MP9-Time. Ich habe heute einfach mit so ein paar Österreichern gespielt. Mann, drei Stück Suicide-Way ey. Short gesmockt. Und da habe ich mit denen die beiden noch einen richtigen Döner gesprochen. Nicht so was wie die mit Tzatziki unter einer Schöcke. Habe ich auch Hunger drauf bekommen, genauso wie mit dir. Und habe ich mich eingeholt. Hallo Ray. Ne, klar, wo ist es. Weil er immer grün hat normalerweise. Ja, jetzt ist noch mal die Farbe auf der richtigen Seite. Oh, der kommt Short. Mann, zwei CT. Fuck. Boah, ich bin so schlecht. Ich auch. Weißt du, zwei kommen lang und ich schreie schon nach einer halben Stunde, die kommen Short. Tracks ist im T-Sport. Geil läuft, Alter, dicker Team, Digger. Boah, endlich ist er down. Hallo, ich denke, es ist die Eroberung. Batfeed 1. Okay. Warte so, Richard. Warte so. Warte so ein bisschen. Aber könnt ihr auch täuschen. Jawohl. Der Fuse ist doch scheiße. Guck mal jetzt, wenn ich jetzt sterbe hier lappen. Short, 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 short. Guck mal wie ich das wieder mache. Jungs, kein Problem. Ich habe die beiden Fracks gemacht. Geil weg! So? Mal sehen wir dein Permabahn aus. Ja, ich höre, ich höre, ich höre. Traum, Alter. Was ist hier los? Ich hoffe, er kriegt so ein Permabahn. Wieso habt ihr es nicht geschafft? Hat der jemand abgebrochen? Naja, er kommt Short. Naja, meine Mates waren zu dumm, um Short zu gucken. Naja, ich habe Zettel geguckt. Ja, auf K. Es ist seltsam, ich bin 100 pro, war klar, dass er Short kommt. Los! Ja, genau, Ed, gib dir! Ich habe 2 HP, Alter! Ich habe 2 HP! Lang, 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 lang. Ich habe 2 HP, verdammte Scheiße! Oh mein Gott! Wir haben welche Waffe? M4. Wo? Bitte. Mann, der hätte beinahe einen Double Kill gemacht, ey! Wo ist der M4? Keine Ahnung. Ja, wo ist der M4? Christian hat sie bestimmt. Oh Mann, ich bin ohne Christian, kann ich nicht mehr callen. Äh, Long kommen sie. Warte, hab ich einfach... Danke. Bist du alleine. Bis der Lack geht das schon. Top mit einer, wir jetzt nicht pushen. Er ist down. Sehr schön. Hab ihn down gemacht, den Top mit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aufgewärmt sei ein bisschen too easy, guys. Ich will das nicht immer so überschätzen, weißt du. Das ist der Hammer, oder? Überschätzen muss man ein bisschen unterschätzen, ja. Ja, überhebt mich. Warte, der ist immer schön. Da ist dieser Sensor kaputt, der denkt immer, dass... dass ich im Auto sitze, dann macht er mal Auto-Modus an. Das ist fuck voll ab. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Voll seltsam, ne? Oh mein Gott! Ey, Leute, was macht ihr hier, Alter? Was macht ihr hier? Positionswechsel, Block des Hustles. Short, komm, sein, hast gehitten mit Awe. Short, kommt einer durch, ist gehittet. Warte! Hier! Mein Mate! Ich wollt grad sagen, Alter. Nichts were du Noob, Alter. Geh weg aus meinen Augen, ich wär gestorben. Ey, hilf doch mal ein bisschen mehr. Was mit lang? Ja, Alter. Ich geh lang, ich weiß nicht mehr. Wie viele lang? Viele Mann. Viele Mann? Okay, viele Mann. Nein, keiner. Ja, doch, doch. Daraus kommen sie. Das ist immer so eklig. Danke. Hab ich ihn. Kein Ding. Nee, natürlich nicht. Aber Jack ist tot, ja. Schieß dich einmal an, da gehst du down. Na mach doch, trau dich. Geht mal lang, ich komm. Na komm, Specki. Komm noch mal, komm. Er ist ja nicht down gegangen. Wo sind die hin? Wir gehen B. Gute Macht. Ja, das nennst du Decken? Wir kennen die über B. Du hast mich dann geflasht. Die kommen schon, äh, Cutters. Das nennst du Decken, Jan? Dein Ernst? Ma, da gehst du down. Mann, fuck, Alter. Dreimal, top mit. Nee, Mitte ist einer durch, zu B. Spars, Pistian. Spars, Pistian. Knife, Leute. Er hat die Aave. Oder nicht? Fuck, schon dreimal verkackt, ey. Wo liegt die Aave? Da ist sie ja. Neun, neun, neun. Tausch mal. Ich hab ne Aave, gib mir mal wieder M4. Danke. Ey, nein! Leute, komm, wir machen einen Smiley. Christian, kannst du ja bitte den M4 droppen. Brust, ist ja ein Pole. Brust, ist ja ein Pole. Brust, ist ja ein Pole. 2200. Ups. Das waren jetzt ein Fail. I'm sorry. Ich weiß, was er macht. Ich weiß, was er macht. Genau! Genau! Oh shit, hier! Kugel tut das weh. Alter! Ey, das ist nicht wahr, oder? Er springt durch. Schießt, trifft mich nicht, kommt zurück und gibt Instant. Wer hat sie gegeben? Äh, dieser Clans-Manager. Der zweite von denen. Alter! Jörg. Ey, das ist nicht wahr. Er ist zu spät, Dian, ist zu spät. Das ist schon einer. Ey, das ist sowas von nicht wahr. Oh da! Dann, dritt ihn! Das ist A! Mäh! Ich glaub, das sind die Schaute, da haben wir gesteckt. Ah, Vortex, jetzt ist da keiner mehr! Nimm mal den 4 mit! Ach, das ist B! Gute Wunnen, Alter! Ach, das ist B! Gönn dir! Oh, fuck! Ja, Alter! Bei K ist was? Oh, oh, oh! Aber zum Glück lebt der Richard noch, Leute! Ja, Leute! Komm, renn rein! Er lebt nach! Oh, du willst Glück jetzt ja zuerst fangen, das ist haurig! Ah, schade! Der holt sich alle, Alter! Ey, der hat wenigstens einen geholt und den ist ja zu euch! Ich stehe jetzt ehrlich auf 7-4! Ey, das ist so belastend, Alter! Auf dieser Range mit ner Diegel in den Head bekommen, Alter! Ich könnte den installieren, Alter! Warum? Ey, das ist so belastend! Nein! Warum haben wir ein bisschen Peer gefahren? Gib her! Er hat so um die Gewehr! Er hat wer im B9 jetzt genommen! Och, nö, Alter! Meiner ist aber auch teurer als im G9! Wollen wir tauschen? Geh weg! Noch nicht! Die Mütte ist alles ruhig! Schort einfach! Ja, Schort ist alles ruhig, Mitte! Alles sauber! Wenn ich down gehe! Die bauen auch viel lang! Ender Platt! Ey, du fragst doch eh gleich bestimmt das Holz zu dir voll, dass ich irgendwie durchwasche! Happy! Oh, shit! Oh! Wer durchknallt! Mann, Alter! Oh, da kommt der! Das ist ja schade! Hä, war ich so low, dass er mich warnt schon? Mann, hat auf mich zu flaschen! Ich steh hier unten, Mann! Nice! Na, den in Pit hab ich doch getrackt, Alter! Willst mich wirklich ficken? Willst mich wirklich ficken? Let's keiner noch nicht! Nein, du musst keiner wichern! Nein, du bist keiner wichern! Nein, du bist keiner wichern! Mann, ich bin in der Mond! Ey, gib mir immer noch! Oh! Ey! Keiner call! Keiner call! Da liegen viele Waffen! Doch, Jan hat gesagt, er kommt! Aber wie scheiß ist denn die SSG? Das fuckt mega ab! Ey, da kannst du dir den Bildschirm kotzen! Mit unterschaut! Weiß nicht, wo der Smoke herkommt! Wo waren denn die Smoke? Mitte, irgendwo! Na, geht locker! Guck mal auf Scope gucken, dann kannst du nach hinten gucken! Mann, seid doch einfach mal leise, ey! Mann, Alter! Egal, muss dann raus! Pass schon! Hä? Hat jemand deinen MP9-Skin? Hä? Oh shit! Ich wollt grad fragen nach dem Job her! Ich hab einen! MP9 for free, Leute! Komm, wir rennen jetzt da durch! Wollen die schon mal so schlecht! Oh! Oh! Flash! Short kommt, ist gehittet mit! Boostet mal Short, Leute! Hab ich's reingetroffen? Ja! Topmit ist auch gehittet! Komm, Bombe kommt lang! Oh, da ist ja einen geholt und da ist hinten einer! Hat ihn irgendwer verstanden? Nein, Ray! Hat niemand vergewaltigt! Los, jetzt push! Spring einmal! Ja, nice! Good job, Alter! Gut, richtig! T-Spawn ist ne Awe! Oh, umsonst! Korrekt von dir, Richard! Oh, Short ist glaub ich was! Ah! Alter, wo seid ihr denn alle? Naja, komm! Sicher! Also Short war nur einer auf jeden Fall! Ich kann nicht mal zur Bombe durch, Alter! Ich hab schon gestorben auf dem Weg, denn! Was machst du da? Ich hab keine Steps! Ich hab keine Steps, Leute! Oh! Das ist OP! Hi! Guck mal her, Richard! Guck mal her! Guck mal her! Na guck doch! Bleib du da drin, ja? Nein, komm! Lass mich mal hier was zeigen! Guck mal, siehst du das? Weiß mal! Oh, schon! Ich wusste es, Alter! Alter, jeder soll mal Ray was zeigen werden! Ja, da ist er! 35 Sekunden! Ah! Blockt euch nicht! Das Spray-Control! Ja, nein! Hier ist mein Narbe! Ja, nein! Hier ist Narbe! Alter, ich hab das mega gut, Alter! Der ist richtig krass! Ich hab die Taktik's auf Doom! Ich will ne MP9! Was? Ne MP9? Boah, ne Meister 50 von Free! Meine Ops! Meine Ops! Wo kaufe ich die denn die MP9? Wo finde ich denn die? Unter MPs! Alter! Easy! Also, das ist gut! Mann, Vortex! Ich bin zu kack gefärbt! Ich bin zu kack gefärbt! Ich bin zu kack gefärbt! Wer geht zu B? B kommt! B kommt! B kommt! B ist gesmoked! Irgendwas! Hab ich gesehen! Ja! Wieso dann wäre ich schon? Ich nicht! Ich hab gar nichts zu sehen! Ich versuche mich alle auszublenden! Oh! Short kommt! Ne! Ist zurückgegangen! LOL! Top mit! Zulang! Oh! Lower! Easy! Down! Ich sag kein MP9! Ich hab grad so einen Schlecken! Ich hab grad so viele Krämpfe in den Beinen! Weil ich mich verzerrt hab! Ja! MP9! Du! Ich guck lang mit Cars! Ist ein geiler Skin! Steps! Lower Tunnel! Den Warsh! Ich warte! Den Warsh! Ich warte! Ich warte! Ich warte! Ich warte! Ich warte! Ich warte! Du hast keinen auf B! Du bist tot! Ich warte! Ich warte! Die hat der B! Eine A! Eine A! Mit der Z! Ich hab drei Leute gekillt! Lack! Du geklärst! Was ist denn Lack? Lacken! Ray5combo! Der Ray hat ganz schön viel Lack! Mal hat er Spray-Lack! Mal hat er Time-Lack! Mal hat er Lack-Lack! Mal hat er Lack-Lack! Alter! Auf mal! Ich bin voll geklashed! Guck mal! Ich hab drei kills und das war gestohlen! Alter! Block des Hasses, man. Er will, dass du einen Kimkirch nicht gekrankt hast. Ich bin auch ohne ihn. Alter, wenn du mir gute Karten. Nee, wenn du nicht auf B gehst, geh ich auch nicht auf B. A Bombe, Jungs! Ernsthaft, Christian, was soll denn scheißen? Ernsthaft, man! Oh mein Gott. Der Typ hat gecampt, alter. Wir kicken Christian am Ende. Ey, Christian, wir kicken uns am Ende. Das ist schon ein bisschen peinlich, alter. Nein, wey, ich hab dich nie. Mann, der Kram. Mann, ich hab ihn gesehen und mach nichts, alter, ich Idiot. CT. CT ist er. Was hab ich? Ja. Noch nicht einmal Claudia ans Mikrofon. Ey, aber Claudia, die ist bei mir unten durch, alter. Ich hab dir heute noch nicht reden hören. Ja, und hast du gemerkt, dass du sie doch nicht mehr nimmst? Abschau, alter. Abgründe tun sich auf, alter. Das ist da Karnak-Deutsch. Zum Glück nimmt Bugle auf. Nee, gar dieses Karnak-Deutsch. Ohoho, da rennt er rein, alter. Ja, als ob er nicht geflasht war. Ja, mach dir mal nach, ich mal wissen, was du meinst. Ja, mach dir mal nach, ich mal wissen, was du meinst. Ey, echt mal. Christian ist der, ist der, der schlechteste Bruder, der man hat. Nee, ich kann das nicht, alter. Sorry, aber ich kann das nicht. Das ist ja ein Gang. Die Claudia reden. Die Claudia, die denkst du, die ist arisch, alter. Was macht die, die dreht keiner Karnak-Deutsch. Ja, BWU. Du musst ja nicht mit dir reden, Jan. Jo, okay, ist bei Kars. Mann, ist das dein Ernst? Okay, wird gekickt. Nein! Okay. Mann. Mann.